Oha! Was habe ich gebaut? Hä, was ist das denn? Was habe ich da denn gemacht? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht, ey? Creator Code? Jo, Jonas. Hey Leute, im heutigen Video machen wir eine etwas andere Folge, denn heute werde ich nicht eure Maps spielen, sondern ihr müsst meine Maps spielen. Das heißt, heute werde ich versuchen, möglichst witzige oder gute Maps zu bauen, die extrem viel Spaß machen. Dann werden wir die Maps zusammen spielen und eben auch bewerten. Werden wahrscheinlich ziemlich loste und nicht so schwere Maps sein, dass ich auch wirklich ziemlich viele verschiedene bauen kann. Und ich bin mal sehr gespannt, wie ihr meine Maps findet, was ich so bauen werde und ja, wie das Ganze bei euch ankommt. Wie immer würde ich sagen, wir starten rein. Ich habe schon noch ein paar Maps vorbereitet auf den alten Accounts und ich würde sagen, let's go! Und ich bin gespannt, wie die etwas andere Folge heute bei euch ankommt und wie ihr meine, wahrscheinlich etwas losten Maps finden werdet. Viel Spaß! Okay, also die erste Map. Wir haben zwei Minuten Zeit. Wird auf jeden Fall ein Speedrun werden. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen und möglichst schnell... Oh, ich mache schon mal vierfachen Modus an am besten, würde ich sagen. Okay, drei, zwei, eins, go! Oh je, oh je, ich habe keine Ahnung. Okay, äh, äh, machen wir erstmal Wasser, würde ich sagen, so ein bisschen. So, ja, das sieht cool aus. So, noch die Ecke voll, genau, sehr, sehr geil. So, was haben wir für Gegenstände? Wir haben noch ein paar Kisten erstmal, genau. Und dann machen wir so Poisen außenrum, dass die Leute nicht an die Kisten rankommen, genau. Oh je, oh je, das kann was werden. So eine Minute, zwei Minuten ist eigentlich ein bisschen kurz. Die Maps sind ja immer krasser, ne? Die neuen Gegenstände finde ich gar nicht mal so geil. Die verwirren, finde ich eher. Dann machen wir so einen Teleport hier hin und machen wir auf einmal hier einfach und hier, perfekt. So, dann hätten wir ja noch Mauern, ne? Die kann man eh immer bauen. Und wir hätten auch Büsche, genau. Dann machen wir, würde ich sagen... Oh, wir haben noch eine Minute, oh je, oh je. Dann machen wir hier, würde ich sagen, noch so eine Buschreihe einfach random hin und bauen hier noch so... bauen hier noch so ein paar Mauern rein. Dann machen wir jetzt einfach hier richtig random, würde ich sagen... Können wir die da reinpacken? Ja. Oh mein Gott, okay, das sieht echt random aus. Ey, wir haben Jumpets vergessen, oh mein Gott, natürlich. Und die drehen wir noch, dass die vielleicht wieder in die Mitte gehen, so. Dann schließen wir die Mauern jetzt hier noch schnell. Glaubst du Zeit? Oh, noch 20 Sekunden, oh je, oh je. Machen wir hier auf und, äh, ja, 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 machen wir noch hier auf. Da ist doch fair es, da unten, schnell. Wir machen mal nur Frito-Side für den ersten. Ich mag Frito-Side eigentlich ganz gerne, dass es nicht so kompliziert wird. Frito-Side ist egal. So, Map auswählen. Oh mein Gott, die Maps sieht ja absolut bescheuert aus. Das habe ich da gebaut. Oh je, oh je. Okay, okay, auf geht's. So, jetzt hier meine eigene 1-Minuten-Map. Auf geht's. Ich habe mich jetzt hier für Nani entschieden, beziehungsweise die Zuschauer haben es mir vorgeschlagen. Ah! Habe ich ihn getroffen? Ich glaube schon. Ich habe einfach Auto-Ein gedrückt. Oh je, oh je. Ah, okay, der wird es wissen hier. Und den haben wir gut getroffen hier, das war gut, das war gut. Oh, oh, habt ihr gesehen? Da sind jetzt, oh, Light ist es angeschlagen. Kacke! Achso, ich bekomme jetzt weniger Schaden, ne? Stimmt. Moin. Nein, 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 nein. Nein, oh Mann. Okay, 5 Minuten für die zweite Map. 3, 2, 1, go. So, also ich habe mir schon vorgenommen, ich möchte viel Wasser auf dieser Map haben. Let's go. Ich bin halt ein bisschen ungeschickt, was das Bauen leider angeht. Man merkt es, glaube ich, schon. So, ich überlege halt, wie wir es am besten machen. Das haben wir hier. Dann können wir hier so kleine Inseln lassen, oder eigentlich? Okay, hier müssen wir erstmal so weiterarbeiten. Kann ich jetzt hier nicht ein Jump-Pad reinsetzen, dann darf man das? Ah, let's go. Genau so, genau so. Sehr, sehr geil. Ja, das sieht ganz cool aus. Das sieht ganz cool aus. Das sieht auch überall dazu aus, ne? Ja, sehr, sehr cool. Wasser, 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 Wasser. Aber das drehen wir so in die Mitte, würde ich sagen. So. Wir haben noch 3 Minuten. Wir können das echt gut schaffen derzeit jetzt hier. Wir können das echt gut schaffen. Wo lasse ich die Leute spawnen? Ich würde sagen, auf diesen einzelnen Inseln lassen wir die spawnen. So, zack. Müssen wir halt hier ein bisschen zu machen, dass wir auch schön hier alles füllen jetzt. Let's go. Oh, ja, das sieht nice aus. Oh mein Gott. Lol. Hä, wie cool. Hä, das sieht ja mega cool aus. Und dann machen wir hier noch so Kisten einfach hin oder so. Das ist eigentlich mega cool, die Idee. Ach, da kommt man wahrscheinlich nicht hin, oder wie? Nein, Chat. Ich habe irgendeines Verhältnis. Okay, wir müssen noch irgendwie... Ach, ey. Das ist nicht mehr nicht schön. Das kann ich natürlich hier noch Kisten platzieren. So, so kann ich das machen, so kann ich das machen. So. Let's go. Drei Sekunden, wir haben es genau geschafft. Let's go. Das sieht geil aus. Ich meine, in fünf Minuten haben wir das geschafft und das ist eigentlich voll krass. Wir könnten schnelle Brawler machen, aber das... Oh mein Gott, die sieht eigentlich echt ganz cool aus. Oder? Okay, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Okay, wen haben wir jetzt hier am Start? Oh nein, eine Shelly. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Ey, als ob ich hier auf eine Shelly drauf spawnen. WTF? Nein. Oh. Oh mein Gott, die Map ist so hardcore lost, die ich da gebaut habe. Ich fasse es nicht. Da ist noch ein Brock einfach. Jürgen, der Brock, der gönnt sich komplett. Oh nein, das ist halt eher die Ult. Das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Jürgen, was geht bei denen an und an? Nein. Oh, weg. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so, nicht so. Ja, der will jetzt schon zum Jump ansetzen. Wir warten mal. Da kommen die Gift-Volken jetzt langsam. Hä, wo sind noch so viele Brawler am Leben? Okay, da war noch eine Colette. Mach dich. Haha, Junge. Okay, wir sind erstmal safe hier unten, glaube ich. Gut, der Colette ist auch in Ruhe. Das ist auch... Ja, gut, der hat mich in Ruhe gelassen als einzigen. Das ist ein bisschen geschummelt. Zack. Lass mich jetzt sogar gewinnen. Wie cool das aussieht. Das sieht mega cool aus. Das sieht echt cool aus. Sehr, sehr geil. Zweite Map hat mir gefallen. Wird mal gerne einen Chat schreiben, wie ihr die fandet. Für fünf Minuten Arbeit. Vom Bauen war das eh ganz cool, fand ich eigentlich. Also, ich habe ja schon was überlegt für die Map. Und zwar möchte ich... Ähm... So viele Kisten... Ich würde so eine Kisten-Map machen. Wisst ihr, was ich meine? Mit so einer Map mit so ganz vielen Kisten in der Ecke. Und machen dann Wasser außenrum, dass wir so eine Insel schon einzeugen, okay? Also, was ich machen würde, wir machen so eine Map, bei der man richtig krass versuchen muss, an diese Kisten halt ranzukommen. Und sich da irgendwie so hinfighten muss, so ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Oder ändern wir unsere Taktik. Machen wir unsere Kisten am Ende in die Mitte, würde ich sagen. LOL, wie cool das aussieht. Oh mein Gott. Können wir es noch größer machen? LOL. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hier, Jump-Hits. Nicht viel... Oder? Wobei, aus beiden Richtungen geht eigentlich eh klar, genau. Machen wir mal Platzierungsmodus nur so, dass es nur so gespiegelt wird. Und dann würde ich sagen, lassen wir die in den Ecken spawnen jeweils. Nämlich vier Spawn-Punkte. Und dann würde ich nämlich sagen, setzen wir hier mal das erste Jump-Hit. Und auf dieser Insel platzieren wir einen Kaktus. Zwei Kakteen. Sehr, sehr geil von der Idee, finde ich schon mal. Und das hier, da haben wir jetzt einen roten Teleport. Und hier haben wir einen gelben Teleport. Und der führt hier hin. Einfach random. Das ist so random, ne? Das ist geil. Machen wir hier noch einen dritten, und dann halt jeweils zählen, oh je. Oder wenn die halt direkt auf die Kisten setzen, leider, ne? Geht ja nicht anders. Ja, ja, ja. Okay, wir sind gleich fertig, Leute. Die letzte Minute läuft. Für die Map. Ich hoffe, es war interessant zuzuschauen. Machen wir einfach noch, um es ein bisschen spannender zu machen. Hier noch Stapeln hin. Okay, äh, Pro-Map. Wie sieht die aus? Oha, eigentlich eh cool. Also sieht ein bisschen random aus vielleicht. Aber, äh, passt auf. So, jetzt sind wir Shelly. Moin. Let's go, wir leben. Let's go, Shelly for the win. Let's go. So, jetzt bin ich übertreiben mit den Cubes natürlich. Oh, ich hab eine schlechte Volt gesetzt. Nein! Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Weg. Teleporten erstmal. Nein! Nein! Ich hab da Teleport geklärt. Ich fass es nicht. Okay, 15 Minuten. Wir machen das so eine Art, wir machen, wir denken die mal Troll-Map oder so. Sehr gut, hab ich geschafft. Sehr gut. Das kann eh krass werden, passt auf. Guck mal, so. Nichts zu eng, sehr gut. Also, seid ehrlich, das ist schon mal mega krass eigentlich, so vom Prinzip. Oh mein, die kann mega cool werden. Und jetzt machen wir so eine riesige Spirale in die Mitte. Das ist meine Idee. So. Ey, das wird übel heftig werden. Und nochmal hier so Spiralen eigentlich bauen. Werden so vierfach Spiralen. Seht ihr, was ich meine? Das werden so ganz krasse Spiralen werden, die wir jetzt hier bauen. Aber ich hoffe, wir schaffen das jetzt gescheit. Das kann auch übel verkackt werden jetzt. So, wir haben noch 4 Minuten 34 jetzt für unsere Labyrinth-Map. Ihr seht schon, was wir vorhaben. Jetzt machen wir das nämlich noch langsam. Sieht schon sehr, sehr cool aus, oder? Geht das? Ja. Wow. Das ist interessant. Ach, das sind aber die Kisten direkt bei denen. Ach so. Lol. Äh, bei dem zumindest da unten. Äh, da oben. Das soll das... Nee, 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 nee. So nicht. Oha. Das habe ich gebaut. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach keine Dynamax und Stoos drin. Ja, let's go. Ich glaube, jetzt klappt es. Oh mein Gott. Okay. Also, jetzt als Spiel, wenn man am schnellsten ans Ziel kommt. Er hat sich ernsthaft bei und gewählt und camped jetzt auf mich, oder? Nee, oder? Hä? Was macht M? Ich weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Wir gehen weiter. Wir gehen am besten mal in die Mitte. Das sind nur zwei Kisten. Was macht Naruto jetzt da? Keine Ahnung. Aber jetzt laufen die Leute meine Wände auch ab. Sehr geil. So habe ich mir das auch vorgestellt. Oh, da hat die Ult gefarmt? Nee, der ist ja hinten jetzt. Okay. Dann können wir uns unsere Wände hier abdingsen. Aber jetzt hat die Map funktioniert. Sehr, sehr geil. Wir können ja gleich mal in anderen Brawlers... Oh, lol. War ja unsichtbar schon mal. Ein anderer Brawlers Mordes nehmen. Ha! Let's go! Da haben wir Naruto. Sehr geil. Hier taktisch agieren. Ja, komm. Wir gehen mal in die Mitte. Das sieht witzig aus. Ey! Komm, fight wenigstens noch. Egal. GG. Sehr geil. Oh je. Was ist das jetzt? Das hat er auch, Eko. Oh mein Gott. Okay, das ist übel geil eigentlich, wie das aussieht. Let's go. Nein! Oh, wir sind schon Showdown. WTF. Der muss halt gleich reinlaufen. Das ist halt das Geile. Wie geil! Riko war übel der geile Pick. Let's go. Okay, also Riko war sehr, sehr smart. Sehr schön. Was ist das denn bitte? Das habe ich auch mal gebaut. Das ist einfach eine völlig offene Map. Ja, bleib weg von uns. Nani hat die beste Reichweite einfach. Das ist krank. Die Reichweite von Nani einfach. Oh mein Gott. Ah! Nein! Ich habe das Schwert aktiviert. Oh, ich habe ihn trotzdem bekommen. Ah! Kacke! Ja, es geht gerade auf mich. Ja! Da haben sie mich richtig mies eingekesselt. Hä? Was ist das denn? Was habe ich da denn gemacht? Oh mein Gott. Was habe ich gebaut? Was ist das denn? Habe ich da irgendwie geschlafwandelt oder so? Oh je. Nein, Marag. Nein, Marag. Nein, Bas! Was macht ihr mit mir? Ich treffe euch alle nicht. Okay, jetzt habe ich ihn, oder? Oh mein Gott. Ich bin so schlecht, Alter. Dann kommen wir aber alle auf mich gegangen, oder? Was ist das? Ich weiß auch nicht, was mir da... Es war diese Knochen-Olympiade, die ich damals gemacht habe. Ja. Let's go! Was habe ich jetzt wieder gemacht, ey? Oh je. Ja. Nein. Ey. Ha. Ich habe die Angst zu mir, hoffentlich. Ja. Ach was? Ich habe noch gekriegt. Nein. Egal was. Sehr, sehr, sehr geil. Trotzdem. Lassen wir das. Okay, würde ich an der Stelle sagen, so viel zur heutigen Folge, dass ihr meine Maps spielen. Würst ihr in meine Kommentare schreiben, wie ihr meine Maps gefunden habt. Und ob ich das öfters machen soll, in eine etwas andere Folge. Kann natürlich auch noch krassere und schwere Maps bauen. Also könnt ihr auch gerne eure Ideen in die Kommentare schreiben. Und lasst ihr immer gerne ein Abo da, wenn ihr auch in Zukunft keine täglichen oder regelmäßigen Brawl Stars Videos verpassen wollt. Schaut auch gerne ab schon vorbei. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen. Oder auch bei meinem E-Sports Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Video Vorschläge. Schaut gerne vorbei. Und ciao. Ciao. Richard.